Ich habe Fußball gespielt und ich bin dann mit meinem Kopf gegen Draht gedonnert und dann hatte ich im Kopf ein Loch. Der Teddy der Hälfte und ich bin dann gar nicht mehr so alleine. So wie dem kleinen Henry soll es künftig vielen Kindern in Bad Homburg und Umgebung gehen. An die 600 Rettungsteddys werden heute an das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr übergeben. Gespendet vom ARKIG, dem Aktionskomitee Kind im Krankenhaus. Der Auftrag der kleinen Plüschis, Kinderseelen trösten. Der ARKIG Rettungsteddy hat für mich persönlich eine ganz besondere Bedeutung. Denn ich kann mich erinnern an einen schweren Brand hier in Bad Homburg und an dem ein kleines sechsjähriges Mädchen verletzt wurde. Und ich habe noch sehr wach die Bilder in Erinnerung von diesem brandverletzten Kind. Wir haben bei der Feuerwehr schweres Gerät zur Rettung, zur Bergung. Wir haben lange Leitern, wir haben Tanklöschfahrzeuge. Aber eine Ausrüstung, um verletzte kleine Kinderseelen erste Hilfe leisten zu können, die hatten wir bisher nicht. Und genau dafür sind ja nun die kleinen Teddyfreunde da. Denn wenn es um Kinder geht, ist ein Einsatz ja meist nochmal eine Nummer härter. Bilder von verletzten Kindern gehen jedem Feuerwehrangehörigen in Mark und Bein. Die bleiben ein Leben lang, die nimmt man mit. Auch Rettungssanitäter Heiko Himmelhuber vom Deutschen Roten Kreuz kennt die Besonderheiten der Einsätze, wenn es um Kinder geht. Das Kind kann mit der Situation, wenn Fremde kommen, erstmal nichts anfangen. Es gibt erstmal eine Angstsituation, eine besondere Anspannung im Gegensatz zu Menschen, die erwachsen sind. Und gleichzeitig ist es oft auch so, dass die Eltern vielleicht zu aufgeregt sind und ihrem Kind nicht vermitteln können, dass jetzt nichts Schlimmes passiert, sondern dass jetzt Hilfe naht. Und das versuchen wir natürlich mit so Sachen wie Teddys oder anderen Ablenkungen zu kompensieren. Das gelingt auch gut. Denn gerade Kinder, die einen Unfall hatten, einem Notfall zuschauen oder miterleben mussten, sind oft schnell traumatisiert und können mit der Situation nicht umgehen. Ein Teddy im Rettungswagen wird da schnell zum Freund und Trostpflaster in der ungewohnten Situation. Auch Heike Knorr vom Kriseninterventionsteam des DRK ist froh, nun die Teddys griffbereit zu haben. Es lenkt ab und es ist kuschelig. Der Teddy ist ganz weich und das ist was zum Liebhaben. Und die Kinder brauchen in der Situation was, wo sie sich dran festhalten können. Und da ist so ein Teddy ideal. Kuschelteddys für Kinder in Notsituationen, um einen Rettungseinsatz für die Kleinen erträglicher zu machen. Wir finden eine ganz tolle Idee. Kuschelteddys für Kinder in Notsituationen, um einen Rettungseinsatz für die Kleinen zu machen. Vielen Dank.